Wir sind hier in Tulln in Niederösterreich, wo ein neues Universitätsforschungsgebäude eröffnet wird. Das Australian Institute of Technology und die Universität für Bodenkultur teilen sich in einer Kooperation hier die Infrastruktur dieses Gebäudes. Inhaltlich geht es in der Forschung hier um Themen aus dem Umweltbereich, wie erneuerbare Ressourcen, Agrarwirtschaft, Pflanzengenetik, nachwachsende Rohstoffe, Wasser- und Holztechnologie, die Anwendung von Molekulartechnik. Vorgabe des Kunst- und Bauwettbewerbs war es, auch die inhaltlichen Aspekte zu thematisieren. Die Arbeit hier besteht aus drei Teilen, den drei großformatigen Zeichnungen, Lost in Translation im Foyer, der Take-away-Skulptur in der Halle und der großen Menschenleiter auf Leinwand gegenüber dem Panoramalift. Diese Zeichnung hier mit dem Titel Job-Leader ist über 10,5 Meter hoch insgesamt. Ein Panoramalift führt hier drei Stockwerke nach oben. Ursprünglich hatte er außer einer kahlen weißen Wand nicht viel Panorama anzubieten. Ich wollte diese körperlich spürbare vertikale Aufwärtsbewegung auch direkt in einer Arbeit umsetzen, die passive Erfahrung des Bewegtwerdens aufnehmen und quasi in einen geistigen Prozess transformieren. Auf der Zeichnung sieht man eine Menschenleiter in Lebensgröße. Alle gemeinsam bauen sie an einer großen Wand einen Teil eines Gebäudes. Einzelne Bausteine werden von unten nach oben weitergereicht. Wie man sieht an der Art und Weise des Aufeinandersitzens der Figuren, ist es auch eine humoristische Anspielung auf das hierarchische System in solchen Betrieben. Die Forscher, die hier arbeiten, können nun jeden Morgen, wenn sie hier reinkommen, mit dem Aufzug die Karriereleiter hochfahren, den ganzen Tag hier arbeiten und auf dem Weg nach Hause werden sie sozusagen auch wieder auf den Boden der Tatsachen geholt, indem sie den selben Weg mit dem Lift auch wieder runternehmen. Unterwegs in der 10-Sekunden-Fahrt kann man sich dann überlegen, was der Tag wohl so mit sich gebracht hat und inwieweit man selbst dann in diesem System sozusagen aufgehoben ist. Direkt aus dieser Zeichnung leitet sich auch der zweite Teil dieses Projektes ab, nämlich die Take-Away-Skulptur. Die Skulptur hier im Foyer besteht aus 400 einzelnen Bausteinen, Ziegelsteine, die einzeln handgefertigt sind, aus Keramik, schwarz glassiert wurden, auf der Rückseite jeweils als Editionsexemplar gekennzeichnet, signiert und nummeriert. Jeder Mitarbeiter des Universitätsforschungszentrums Zul erhält ein Originalzertifikat, auf das er dann die entsprechende Editionsnummer eintragen kann. Die große Skulptur im Foyer wird im Laufe der nächsten Wochen komplett verschwinden und sich in Einzelteilen über das Gebäude verteilen. Die Forscher eignen sich die Kunst quasi an. Der repräsentative Teil im öffentlichen Foyer wird zerstört und das Kunstwerk in seinen Teilen wiederum privatisiert. Im individuellen Raum bleibt etwas, das an die Kooperation und Kommunikation erinnert. Die leere Palette wird danach neben der Dokumentation der Arbeit an die Wand gehängt. Im Foyer gibt es drei Zeichnungen mit dem Titel Lost in Translation. Das verbindende Element zwischen den einzelnen Segmenten ist die Darstellung eines Waldes als Skulpturlandschaft, so wie sie bei uns als Projektionsfläche einer Natur gesehen wird. Wichtig ist mir beim Zeichnen die Nähe zum Schriftlichen. Dichte Muster und schraffierte Flächen entsprechen quasi komprimierten Gedanken oder Theorien. Das Zeichnen ist sozusagen eine Freisetzung dieser Inhalte, eine Art Loslassen. Bei der Arbeit hier geht es um diesen Übersetzungsprozess. In der Mitte ist eine Figur in einem Kittel zu sehen, wie in Labors üblich oder bei älteren akademischen Malern. Etwas Beobachtetes wird übersetzt in einen neuen Ausdruck. Etwas wird beschrieben und bezeichnet, was in Kunst und Wissenschaft sehr ähnliche Vorgänge sind. Am linken Bild stehen die kleinteiligen Details im Vordergrund und das Mikroskopische rückt ins Zentrum. Der Forscher blickt durch eine Lupe auf einen Keimling. Ein zärtliches Moment dominiert hier, während ein Blatt gegenüber dann die Vernunft und die Kühle der Maschinen dominiert. Dort wird die Natur intensiv genutzt. Es geht um den Abbau, die Zerstörung und die Umformung in etwas Neues. Zum Schluss noch eine Werbeeinschaltung in eigener Sache. Mein neues Buch, ein erster Katalog mit dem Titel Manual. Vor kurzem Kerber Verlag Berlin erschienen, mit Texten von 13 Autorinnen, Deutsch und Englisch, mit tausenden Abbildungen von Zeichnungen und Kunstprojekten auf 190 Seiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017